hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge outcast ja so ich so eigentlich noch mit jans brechen aber da so gesehen nicht mehr zu sagen was sagt denn hier meine karte hier ist ja das dunkel diese mit dem kann ja gar nicht mehr reden mit dem auch nicht wie sie es war hier sind noch mal drei dieses mit dir aus hallo sei gegrüßt olukai ich bin gerade aus okazankar zurückgekehrt und freue mich zu sehen dass es dir gut geht woher aus der region okazankar ich war dort weil ich okar die region in der wir dich gefunden haben als letzter wächter verließ es war meine aufgabe alle spuren zu beseitigen die die krieger zu uns führen könnten was kannst du mir über diese ok region erzählen das ist die region in der wir dich gefunden haben olukai kaza hatte prophezeit dass du in dieser region ankommen würdest und viele monde lang haben wir uns zwischen den bäumen versteckt um roachs kriegern aus dem weg zu gehen wir hatten schon alle hoffnungen aufgegeben als wir plötzlich das helle licht deiner ankunft erblickten und was geschah dann du bist in der nähe einer gruppe von kriegern gelandet fast hatten sie dich entdeckt als wir sie angriffen und schließlich vertrieben ihr habt sie angegriffen nur mit betäubungsfallen und anderen harmloseren mitteln wir kehren niemals andere talaner um danach wurdest du in sicherheit gebracht nur ich blieb zurück um unsere spuren zu beseitigen diese region ist sehr gefährlich und voller geheimnisse was für geheimnisse man erzählt sich die ruinen in dieser region seien überbleibsel der altehrwürdigen ich habe das immer angezweifelt bis ich selbst dorthin kam um deine ankunft zu erwarten während der monde die wir uns dort versteckt hielten sah ich etwas wovon ich glaubte dass es ein daoka war allerdings ein sehr großes im oberen teil befanden sich symbole für einen ort solche symbole habe ich noch niemals zuvor an einem daoka gesehen aber ob meine vermutung stimmt werde ich niemals erfahren warum nicht dieses daoka war kaputt wenn es überhaupt ein daoka war meine begleiter vermuteten es sei eine art monument die meisten talaner glauben nicht an die geschichten mit den altehrwürdigen aber ich finde gefallen an der vorstellung dass sie existiert haben sollen zugriff auf lexikon erfolgt ok wieder was neues und dann haben wir noch die okazankar erzähl mir etwas über dieses okazankar in dieser region gibt es sehr viel wasser die stadt zu jana wurde um einen berg herum gebaut der hoch über das wasser hinausragt viele sagen in der region habe es vor zahllosen monden überwiegend berge gegeben aber die jods seien wütend geworden und hätten sie mit wasser aufgefüllt um die altehrwürdigen von dort zu vertreiben die altehrwürdigen es gibt viele geschichten über sie und sie sind alle verschieden seither sind so viele monde vergangen dass kein talaner mehr weiß ob sie wirklich existiert haben was kannst du mir über sie sagen der bekanntesten geschichte nach hat es am anfang zwei rassen gegeben die talaner und die altehrwürdigen die jods haben beide rassen dabei beobachtet wie sie ihr leben auf adelver gestalteten als die jods sahen dass die altehrwürdigen adelver schaden zufügten handelten sie schnell um adelver von ihnen zu befreien in ihrer wut kehrten sie auch viele talaner um aber ein paar die überlebt hatten redeten mit den jods und versprachen ihnen dass sie adelver niemals wieder schaden würden und du glaubst diese geschichte nicht ich weiß nicht ulukai an manchen monden nicht aber dann denke ich über die daokas und andere gegenstände nach von denen kein talaner weiß wie sie nach adelver gelangt sind und ich bin mir nicht mehr so sicher ok haben wir sonst noch irgendwas hier nein gut dann haben wir ihn dann haben wir ja auch von alles das art es muss er hier jetzt hat er wieder was das war uns komisch verzeihung kumpel sag kannst du mir etwas mehr über deinen vater erzählen er ist ein mächtiger stammesführer und wenn die dinge in adelver anders lägen wäre er der herr aller dodo teilwächter aber so müssen wir uns diesen mond verstecken oder uns den umkehrenden flammen von ferran stellen er zieht die leute auf seine seite indem er sie verbrennt ja ulukai seltsame rekrutierungsmethoden und wie schlägt dein vater zurück wir kämpfen nie auch wenn die meisten von uns es gerne würden ich glaube langsam dass das fandasma meines vaters schwächer wird ich kann seine predigten von kasar und frieden nicht mehr hören mehr als alles andere will ich selbst ferran umkehrend für all das was er getan hat kenne ich ja schon hey jetzt beruhige dich erst mal wieder jan ich bin sicher dein vater weiß was er tut das werden wir ja bald sehen ja das war doch eben her merkwürdig dachte wenn was hell ist dann es ist neu aber das hat er ja auch 100 energie geordnet wurde kann ich das mit maß fern das hier irgendwie finden aber meiner nase juck ich muss eben einmal niesen das ist ja mit dem kängel so durch die wände gucken und ich finde da kein anderes zeug hat die stimme denn was geordnet ich weiß es nicht aber was geht denn jetzt noch außer unterhalten komisch hier ist auch alles dunkel fertig zum aufbruch aber das hat man ja auch voll hey knirps also wie komme ich von hier weg hast du jahres prüfungen bestanden ulu kai na klar er sagt ich hätte glänzend abgeschnitten jetzt sollte ich mich aber auf den weg machen wie du willst ulu kai aber bevor du gehst möchte ich dich an unsere vereinbarung erinnern du findest die fünf moms und wir werden versuchen das zu finden was du suchst das genügt mir fürs erste aber es steht außer frage dass ich zuerst meine mission erfülle sobald ich diese sonde finde verstanden so soll es sein ulu kai der weg zum ersten mon führt dich nach shamasa in die region hinter dem daoka in unserem lager dort angekommen solltest du shamas cap aufsuchen du findest ihn wahrscheinlich weit westlich das daokas durch das du in diese region eintrittst klingt vielversprechend in den anderen regionen musst du ebenfalls jeweils einen shamas aufsuchen sie sind die einzigen die dir bei der suche nach den moms behilflich sein können also brauche ich mich nur an diese leute zu wenden andere werden versuchen dir zu helfen ulu kai auch ein fühler könnte dir behilflich sein ich glaube sie haben das geheimnis deiner heiligen gegenstände ergründet die fühler ja sie und alle anderen werden dir helfen ich hoffe nur du kannst auch auf die hilfe der stammesführer zählen stammesführer wovon der vielen regionen in denen rohstoffe für die krieger von feran und kroax abgebaut werden ich habe mit einigen von ihnen gesprochen aber sie weigern sich die arbeit für feran einzustellen tun sie es denn gerne nein ulu kai sie fürchten sich einfach vor seiner rache oder sie sind zu dumm um zu verstehen was wir damit bezwecken wollen tja wenn ich die zeit dafür finde werde ich mal sehen was ich da tun kann ich weiß dass du sie zur vernunft bringen kannst du trägst das symbol das ulu kai und alle werden wissen dass deine worte von großer bedeutung sind also das bedeutet es ich dachte schon einer eurer leute hätte mich mit einer leinwand verwechselt sei auf der hut ulu kai jetzt da deine existenz bekannt ist wurden viele krieger ausgesandt du solltest dich vom fee tempel im zentrum von shamasa fern halten denn dort gibt es sehr viele von ihnen bleib im südlichen teil von shamasa danke für den hinweis du solltest auch wissen dass dich die wächter beobachten werden wenn du die prophezeiung des ulu kai erfüllst werden wir dir helfen aber wenn du es nicht tust wirst du unseren ganzen zorn erfahren alle talaner werden über deine taten informiert sein und dich so behandeln wie du sie behandelst und du solltest nicht vergessen dass ich die anderen und diese sonde finden muss dann werden wir prima miteinander auskommen gut ich werde jetzt dass der oka für dich aktivieren mögen die jods mit dir sein ulu kai zugriff auf notpad gefolgt äh ja möge die macht mit mir sein oder so medizinische ausrüstung geortet ok das heißt jetzt komme ich irgendwo jetzt komme ich ja langsam mal raus was das alter wie lange bin ich schon am reden mit denen ey mein gott das ist ja von ewig dann machen wir diese stark geht hier mal an ey ja bin ja mal gespannt ruhig da hinkommen so 926x 926x so oder so irgendwas tippte da ein hallo jan was sagt eving ah ok ach das ding ist im wasser ok aber ich kann nicht ein paar sachen einsammeln ja dann willst du mal irgendwo anders hin und zack dann sogar mit dem wasser ne oh das ist einer was habe ich denn da eingesammelt äh hallo fremder sei gegrüßt ah ich sehe es geht dir besser ulu kai das kann man wohl sagen dann willst du sicher zu schammers zepp und dich in den regionen auf die suche nach den mons begeben du solltest jedoch wissen dass die kriege in allen regionen nach der ausschau halten ich schlage vor du bleibst hier in schammersaar bis du dich sicher genug fühlst in die anderen regionen zu reisen dir ist natürlich freigestellt dort hin zu gehen wann immer du willst danke für den hinweis es ist mir eine ehre dir zu helfen ulu kai aber da ist noch etwas einige da okas führen direkt in die lager der krieger es wäre also klug nur die da okas zu benutzen von denen du weißt dass sie an weniger gefährliche orte führen ich werde dran denken dann will ich dich nicht länger aufhalten ulu kai schaumers zepp wartet im dorf westlich von hier auf dich wenn du willst bringe ich dich dorthin äh ja gut du würdest mich hinführen ja wenn du es möchtest sicher ein wenig gesellschaft kann nie schaden ich werde dir unterwegs einiges zeigen bitte folgen mir ulu kai ok dann geh mal vor ich habe gesagt geht nicht laufen oh gott ein dino oder sowas in der richtung ja warum bleibt so stehen geh doch weiter zwei planeten da sind noch zu sehen wo bringt du mich jetzt hin wo bringt du mich jetzt hin wo bringt du mich jetzt hin metal geordnet wo ist metal wo denn hier 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 ist nur eine art sumpf oder eben sowas ein weg ja bleibt doch nicht stehen oh hier was sagt meine karte scan 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 okay die ist aber groß viele rote punkte und ja okay das gäbe vor uns scheint dann wohl das top zu sein also immer nur geradeaus ok mal sehen ob ich da recht habe oder nicht sagt man gleich das ja ich komme davon ich bin doch noch neu hier da hoch ok da ist dann die sonne kann man etwa hoch und wenn ja wie irgendwann komme ich da hoch egal so hoch da war was acht ist ja ich komme hier vornehmen nördlich von hier liegt der tempel wo viele von croax kriegern stationiert sind es ist besser ihn zu meiden luca warum scheint ein guter zu sein der fehl tempel ist einer der vier tempel in dieser region die anderen drei sind kleiner und befinden sich nordöstlich von ihm wir müssen jetzt weiter hier tempel also gibt es hier wo ich rein kann könnte wieso geht so denke ich wieder runter du bist gerade ist ja hochgegangen wir sind noch ein paar feldarbeiter hier kann man auch mit dir reden hallo ach du heilige ja wohl fang ich mal hier oben an bei kassar weißt du etwas über kassar er war ein großartiges wesen sein wissen und seine güte bescherten uns talanern tausende von glücklichen monden kannst du mir näheres über die krieger sagen die patrouillieren regelmäßig auf den feldern und viele bewachen die riese lagerhäuser die man überall auf schamasa findet aber die meisten von ihnen sind ohne zweifel im fehtempel kannst du mir irgendetwas über croax erzählen er ist der grund dafür dass wir alle hier auf adel verleiden müssen manchmal kann man ihn im fehtempel dabei beobachten wir seine krieger herumkommandiert aber seit deiner ankunft habe ich ihn nicht mehr gesehen ullokal erzähl mir etwas über feran sein name steht für kummer und leid erscheint sich an den qualen anderer zu erfreuen hoffentlich kannst du ihn besiegen was weißt du über den fehtempel es ist ein großer tempel der ganz von wasser umgeben ist feran hat ihn so gebaut dass er das zentrum von schamasa bildet in seinem inneren beherbergt er viele krieger weißt du wo ich schamas zep finden kann schau dich südwestlich von hier um ullokai ich habe gehört er ist irgendwo dort aber ein gutes stück entfernt weißt du wo ich einen füller finde ich habe gehört er ist südwestlich von ihr du musst viele schritte in diese richtung gehen viele schritte ja gut füller das haben wir was noch alles aber von alles durch ja gut 20 uhr es wurde immer noch sehr sehr viel gesammelt gelabert gesprochen und ja da meinten ist man ja weiter mal gucken es geht langsam voran aber ja dann bin ich gespannt auf die nächste folge ich hoffe du auch dann macht ihr noch einen schönen tag und abo oder was auch immer und dann ist zur nächsten folge outcast macht's gut bye bye